Heute bauen wir eine richtig coole 3D-Sidebar. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es noch einmal um JavaScript und CSS und zwar werden wir eine 3D-Sidebar bauen. Das heißt, wenn man auf einen Knopf drückt, soll die sich einblenden mit einem coolen 3D-Effekt und ansonsten gucken wir uns mal ein, wie das Ganze funktioniert. Das ist nicht wirklich schwer und ihr müsst eigentlich nur JavaScript und CSS wirklich können. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community-Giant-Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten verlieren wir keine Zeit und legen los. Viel Spaß! Auf geht's! So und los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier wie immer eine kleine Preview von dem, was wir heute vorhaben. Und es ist ein sehr ähnliches Video zu dem Video, was wir vor zwei Wochen gemacht haben. Das heißt, guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Wir werden noch einige Teile aus diesem Video wiederverwenden. Dazu ist der Link unten in der Videobeschreibung. Aber auch zu diesem coolen Video ist der Link in der Videobeschreibung, falls ihr das alles mal live testen wollt. Aber was genau machen wir eigentlich? Wir sehen hier eine Standard-Website. Wir können hier scrollen und wir haben hier oben so ein kleines Menü-Icon, was einfach das oder die Website mehr oder weniger präsentieren soll. Aber ihr könnt natürlich auch jeder andere Menü-Icon dort einbauen. Wenn ich hier drauf drücke, fährt auch diese Seite quasi zurück. Und wir kriegen so eine coole kleine Sidebar, die wir hier wie so ein Overlay drüberlegen können. Und wir können das Ganze auch wieder zurückfahren, wenn wir unsere Seite nicht mehr möchten. Wenn wir in dem offenen Menüstand sind, können wir nicht mehr scrollen. Wir sehen hier aber unsere normale Website. Und wenn ich das Ganze einfach wieder öffne, können wir ganz normal scrollen und haben eine ganz normale Website vor uns. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich kompliziert und kann relativ einfach in eure Website integriert werden. Aber wie genau funktioniert das? Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Wie schon gesagt, baut dieses Video auf das Video von letzter Woche auf. Daher werden wir auch hier wieder nur eine Index-HTML, eine Main.sas und eine Main.js-Datei verwenden. Unsere Index-HTML ist noch relativ leer. Die werden wir gleich mit Leben füllen. Also hier steht für dieses Tutorial noch nichts Wichtiges drin. Hier ist nur mein Boiler-Plate-Code für jedes Tutorial schon hinterlegt. Meine Entwicklungsumgebung, also das, was hier an der Seite schon alles verfügbar ist, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Da erkläre ich das. Ansonsten gucken wir uns mal an, was die anderen Dateien so können. Als erstes unsere Main.sas, diese ist komplett leer. Hier lade ich nur schon einige Farbcodes und einige Spoiler-Plates, zum Beispiel unser Hintergrund hier schon so dunkel ist und so etwas. Aber nichts, was für dieses Tutorial irgendeine Relevanz besitzt. Das nächste ist unsere Main.js und hier steht schon einiges drin. Das hat den Hintergrund, dass dieses Video, wie gesagt, auf das Video von vor zwei Wochen aufbaut. Und unten in der Videobeschreibung ist dieses auch verlinkt. Auch mit dem passenden Timestamp genau zu diesem JavaScript-Code. Weil dieser ist komplett unverändert und hat die ledigliche Aufgabe, unseren Trigger zu setzen, also eine Aktivklasse auf unseren Wrapper zu definieren, die wir abhängig von einem Button-Klick machen. Das heißt, ich klicke auf einen Button und dann wird abgefragt, okay, habe ich gerade das Menü geöffnet oder ist es geöffnet? Und soll ich es schließen? Entweder mit Menü Close oder mit Menü Open und dabei wird lediglich der Navigation-State verändert und dem Wrapper wird eine Klasse hinzugefügt oder eine Klasse aberkannt. Also das ist alles, was dieser JavaScript-Code macht und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zum passenden Timestamp in dem Video von vor zwei Wochen hinterlegt. Ansonsten, ja, legen wir jetzt mal los mit dem eigentlichen Video von dieser Woche und wir starten mit unserer Index-HTML. So, los geht's mit dem Tutorial von dieser Woche und das erste ist, wie letzte Woche auch, brauchen wir eine Divbox mit einer Klasse namens Wrapper und einer ID namens Wrapper. Damit haben wir uns diese Divbox schon erzeugt und hier drin brauchen wir jetzt einen Button und dieser Button bekommt eine Klasse Menü und eine ID Menü-Button. Das Ganze erzeugen wir uns hier auch und in unserem Button wollen wir so ein bisschen die Optik der Seite nachbauen, das habe ich einfach mal als Idee gehabt. Ihr könnt hier natürlich auch einfach etwas reinschreiben oder so ein typisches Burger-Menü-Icon oder so etwas nehmen. Aber für meine Version brauchen wir hier drin zwei Divboxen, einmal eine Divbox mit der Klasse Sidebar und einmal eine zweite Divbox mit der Klasse Content. Das Ganze erzeugen wir so und mehr müssen wir hier gar nicht mehr machen, das ist später unser Menü-Trigger. Und wir brauchen jetzt natürlich noch eine Sidebar. Dafür nutzen wir das HTML5-Element Aside und diese bekommt ebenfalls eine ID mit dem Namen Sidebar. So, hier drin brauchen wir auch wieder eine Navigation. Wir wollen hier damit später navigieren können und dafür brauchen wir einen Link. Dieser Link kriegt jetzt keinen Pfad irgendwo hin, sondern einfach nur einen Link. Und hier drin brauchen wir ein Image und dieses Image verlinkt in unserem Fall einfach auf Stack Overflow, auf ein SVG-Icon. Da könnt ihr natürlich alles machen, was ihr wollt. Ihr könntet hier natürlich auch noch einen Text reinschreiben, aber für unseren Fall mache ich nur ein Bild zu einem Icon. Ansonsten mache ich jetzt erstmal kurz Copy-Paste aus meinem Skript und füge drei weitere Icons rein, sodass wir später vier Icons bekommen. Natürlich ist das komplett euch überlassen, ob ihr hier ein Icon habt, ob ihr drei Icons habt oder 20. Das sollte alles funktionieren. Prinzipiell brauchen wir jetzt natürlich noch unseren eigentlichen Page-Inhalt. Und wenn ihr zum Beispiel eine bestehende Website habt, müsst ihr um eure gesamte Website jetzt einen Diff-Element legen, nämlich das Main-Element und hier drin eine Diff-Box mit der Klasse Page. Wie auch das letzte Mal wird hier drin später Content erzeugt, also zum Beispiel euer Blog-Artikel, eure Website. Und das füge ich jetzt einfach mal kurz hier ein. Und zwar seht ihr, ich habe einen Artikel-Tag eingefügt und in diesem Artikel-Tag ist eine Hins-Überschrift sowie jede Menge P-Tags. Das ist aber für dieses Tutorial quasi komplett irrelevant, was in diesem Page-Element drinsteht. Das ist einfach nur Filler-Text, das wir hier an der Seite etwas sehen. Welche das Ganze jetzt abspeicher, passiert erstmal nicht viel, außer dass wir drei gewaltig große Icons hier sehen und hier jede Menge Text hinterlegt ist. Das Erste, was wir jetzt also machen müssen, ist das Ganze zu stylen und damit auch zu gucken, ob alles soweit funktioniert. So, das Erste, was wir jetzt testen wollen, ist, ob unser JavaScript-Code, den wir aus dem letzten Video hier einfach copy-pasted haben, ob dieser funktioniert. Dazu öffne ich mal unsere Konsole und sehe hier unseren Body-Tag und hier unten unseren Wrapper. Außerdem sehe ich, dass ganz hier oben unser kleiner Button ist, was heißt, wenn ich da drauf drücke, sehen wir, dass unsere Active-Class gesetzt wird. Und wenn ich nochmal drauf drücke, wird diese wieder entfernt. Unser Trigger-Event, also unseren Active zu vergeben, unsere Active-Class zu vergeben, funktioniert also. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt sollten wir anfangen, das Ganze mal ein bisschen Struktur zu geben, indem wir ein bisschen CSS schreiben. Das Erste, was wir hier brauchen, ist, wir definieren wieder unseren Wrapper und übernehmen hier erstmal Position Relative, sowie einige Positionswerte, nämlich einmal Top, Bottom, Left und Right auf 0 zu setzen. Außerdem müssen wir einmal die Weite definieren, das ist 100% und die Höhe definieren, das ist ebenfalls 100% und Overflow definieren wir auf Hidden, weil unser Wrapper darf nicht gescrollt werden. Und wir müssen hier eine Perspektive hinterlegen und unsere Perspektive für 250 Rem, damit das Ganze gut aussieht. Und wir brauchen hier ein Transform, und zwar Transform Origin, beziehungsweise Style wollen wir genau, und hier Perserve 3D. Das Ganze speichern wir ab. Das sieht sehr ähnlich aus zu dem Video von letzter Woche. Hier hat sich auch nichts verändert, weil das, wie gesagt, auch für dieses Tutorial komplett irrelevant ist, beziehungsweise dasselbe ist wie aus dem letzten Tutorial. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen unser Menü, also unser Menü-Icon hier oben definieren, und dafür brauchen wir ja eine Klasse, und diese Klasse heißt Punkt Menü, und die wollen wir erstmal mit Position definieren, und zwar sollen die per Absolut positioniert werden, und hier sagen wir Top 2 Rem, Left 50% und Z-Index 10, damit das über allem drüber liegt, außerdem, weil wir Left 50% gesetzt haben, müssen wir hier noch Transform setzen, und hier Translate, und damit ziehen wir das mit minus 50% auf der horizontalen Achse wieder ein Stück rüber, sodass, wenn wir jetzt Speichern drücken, unser Menü-Icon hier oben perfekt zentriert ist. Allerdings sehen wir hier noch nicht wirklich das Menü-Icon, was wir uns vorstellen, und deswegen müssen wir hier erstmal sagen, okay, wir wollen Border, None, außerdem wollen wir unser Menü an sich mit Background, und dann hier Transparent erstmal unsichtbar machen, damit verschwindet unser Menü-Icon jetzt komplett. Wir müssen jetzt daher hier reingehen und sagen, okay, wir haben eine Weite, diese Weite ist 1.5 Rem, und wir haben eine Höhe, die ist ebenfalls 2 Rem, und wir haben einen Cursor, der ist Pointer, und damit speichern wir das ab, und wir sehen jetzt hier unseren Menü, beziehungsweise ich habe hier falsch geschrieben, deswegen sollten wir das eigentlich nicht mehr sehen, jetzt sehen wir es nicht mehr, aber wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, sehen wir, dass es noch da ist, und wir können jetzt anfangen, unsere beiden Elemente innerhalb unseres Menü-Buttons, nämlich einmal die Sidebar und unseren Content zu stylen. Das Ganze ist also nicht wirklich kompliziert, wir gehen hier rein, und ein Kind-Element unseres Menüs hat einmal die Klasse Content, und ein zweites Element hat hier die Klasse Sidebar. Unser Content bekommt ebenfalls Position Absolute, und zwar Top und Right 0, außerdem brauchen wir hier eine Weite und eine Höhe, wir vergeben hier eine Weite und eine Höhe von 1,2 Rem und eine Höhe von 2, außerdem wollen wir, dass das Ganze dunkel aussieht, also dass wir das quasi dunkel einfärben, dafür brauchen wir Background Color Second, und wir wollen das Ganze ein bisschen rund machen, und dafür sagen wir hier Border minus Radius und dann 0,2 Rem. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aber da wir später unseren Content auch animieren wollen, also wir vergeben hier eine andere Hintergrundfarbe, wenn wir das Ganze anklicken, brauchen wir hier auch noch Transition und hier 250 Millisekunden und All. Das Ganze speichern wir jetzt ab, das ändert erstmal nichts, aber es wird später unsere Attribute animieren, die wir zwischen zwei verschiedenen States definieren. Das Nächste, wir müssen auch unsere kleine Sidebar, die wir hier quasi so neben definieren wollen, damit das unseren aktuellen Effekt repräsentiert, müssen wir natürlich auch hinzufügen, und dafür sage ich Position Absolute 50% und Left 0, außerdem auch eine Höhe und eine Weite, es ist auch 1,5 Rem hoch und 0,5 Rem weit, außerdem brauchen wir eine Hintergrundfarbe, in meinem Fall ist das dieser Magenta-Ton und auch ein Border Radius und auch Transform. Das Ganze fügen wir hier ein, beziehungsweise Transform brauchen wir nicht, weil wir hier später eine Animation drauflegen. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir sehen hier, dass unser Menü-Icon, beziehungsweise unser Effekt, unsere Sidebar so ein bisschen versetzt liegt, und das müssen wir jetzt noch ändern, und zwar brauchen wir hier eine Animation, was heißt, wenn unsere Seite lädt, soll direkt eine Animation geladen werden, und diese Animation ist relativ simpel, dafür gehen wir hier runter und sagen Add Keyframes, und unser Identifier ist Icon minus, beziehungsweise wir sagen einfach so Open, und das brauchen wir nicht. So, und wir sagen 0% wollen wir etwas, 50% wollen wir etwas, und 100% wollen wir etwas. Wenn wir das öffnen, wollen wir von Opacity 0 unseren Transform animieren, was heißt, wir sagen Transform, und hier sagen wir Translate 3D, und am Anfang starten wir mit 0 auf der horizontalen, minus 50% auf der vertikalen, und minus 50rem auf der x-Achse. Diese Werte müssen wir jetzt natürlich am Ende korrekt positionieren, und zwar einmal natürlich zu Opacity 1, und wir wollen hier an der Seite zu 35% animieren, hier an der Seite bleiben wir bei 50%, und hier an der Seite gehen wir von minus 50rem auf plus 25rem, und jetzt müssen wir das Ganze kopieren, noch einmal bei 50% einfügen, hier brauchen wir noch keine Opacity, allerdings brauchen wir hier einen Z-Index, und der Z-Index soll hier auf 1 liegen, und diesen müssen wir kopieren, fügen den hier unten ein, und setzen den auf 5. Der Hintergrund ist hier, wir wollen ja quasi unsere Sidebar von hinter unserem Content vor unserem Content animieren, und deswegen müssen wir hier quasi von Z-Index 1, damit der hinter unserem Content liegt, auf Z-Index 5 gehen, damit er dann vor unserem Content liegt. Ansonsten haben wir hier an der Seite das Problem, dass wir so einen geschwungenen Rahmen quasi, wir wollen, dass unsere Sidebar so an der Seite rausfährt, und dann sich über den Content legt, deswegen müssen wir das hier an der Seite erstmal richtig weit rausziehen, mit minus 135rem Prozent, und hier an der Seite wollen wir das erstmal auf 0rem setzen, damit es auf derselben Ebene liegt, wie auch unser eigentlicher Content. Das Ganze speichern wir jetzt ab, kopieren uns hier den Identifier, das ist Open, und gehen jetzt hier hoch zu unserer Sidebar, und sagen Animation Open, und hier können wir jetzt einfach definieren, okay, das Ganze soll 800 Millisekunden dauern, und soll auf dem letzten Frame stehen bleiben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir, dass hier oben unsere Animation stattgefunden hat, jedes Mal, wenn ich das jetzt quasi neu lade, sehen wir, dass diese Animation stattfindet, und wir müssen jetzt später natürlich noch eine zweite Animation hinzufügen, damit wir das Ganze auch revidieren können, wenn sich unser Menü schließt. Um das zu tun, brauchen wir jetzt erstmal einen Active Identifier, und zwar sagen wir hier und.active, das ist quasi einfach unsere Klasse, die wir ja hier vergeben, wenn wir auf unseren Button drücken, und die vergeben wir ja unserer Rapper-Klasse, und deswegen sage ich, wenn die Rapper-Klasse auch Active besitzt, dann soll innerhalb unseres Menüs etwas passieren, und innerhalb unseres Menüs soll dann die Sidebar eine weitere Animation bekommen, und zwar haben wir hier die Animation, die wir gesetzt haben, die setzen wir auch hier nochmal, nur sagen wir, dass unser Identifier Close ist, und natürlich haben wir noch keine Close-Klasse, beziehungsweise Close-Animation, das sollten wir jetzt natürlich mal schnell ändern, und zwar mache ich die jetzt einfach hier rein, und wie der ein oder andere sich denken kann, wollen wir das ja quasi exakt spiegeln, das heißt, wenn wir das schließen wollen, soll dasselbe passieren, wie wenn wir es öffnen wollen, daher können wir das hier erstmal einfach 1 zu 1 copy-pasten, und können hier die Werte verändern, das heißt, wir sagen, das ist 100, 50 bleibt exakt so, wie es ist, und das hier ist 0. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Ganze einmal korrekt anzuordnen, was heißt, wir starten ja bei 0% und enden bei 100%. So, das Ganze können wir jetzt so abspeichern, und in dem Moment, wenn wir hier oben sind, wird das hier auch ausgeführt, und wenn wir das jetzt abspeichern, und unser Menü sich jetzt animiert, und ich hier draufklücke, verschwindet es wieder, so dass wir hier eine perfekte Animation haben, die wir auch später replizieren können auf unsere eigentliche Sidebar. Dieser haben wir natürlich noch nicht, daher müssen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, unseren Inhalt stylen, und dafür haben wir hier unser Main-Element, dieses rufen wir jetzt auch als erstes hier oben einmal auf, und zwar sagen wir Main, und unser Main-Element bekommt einmal eine Weite, und zwar 100 View-Vis, und ein Set-Index von 2. Das hat den Grund, weil unsere Sidebar am Anfang den Set-Index 1 bekommt, und damit hinter unserem Main-Element liegt, und wir dann ja die Animation ausführen, und im Anschluss unserer Animation unsere Sidebar Set-Index 5 erhält, womit unsere Sidebar dann über unserem Inhalt liegt. Außerdem brauchen wir hier eine Höhe, und unsere Höhe ist 100 View-Height. Wir brauchen eine Position, nämlich Position Relative, damit sich alle Schalt-Elements von Main an Main selbst ausrichten, und wir brauchen hier ein Transition, und zwar 800 Millisekunden auf All, weil wir unser Main-Element auch etwas animieren wollen. Außerdem haben wir ja unseren Inhalt, unser Inhalt besteht aus unserer Punkt-Page-Klasse, die wir auch positionieren wollen. Wie auch schon im letzten Video, richten wir die an der oberen Kante unseres Main-Elements aus, mit Position Absolute, Top, Left, Right, 0, und können hier jetzt noch sagen, okay, wir haben ein Padding von 5 Rem, wir haben eine Weite von 100 View-With, und haben hier ein Overflow, und zwar ein Overflow-X auf Hidden, das heißt, wir wollen in der Vertikalen nicht scrollen können, aber in der Horizontalen, weil unsere Seite kann ja theoretisch endlos lang sein, und haben hier eine Höhe von 100 View-Height, und wollen zusätzlich ein Background vergeben, und unser Background ist einfach White, und hier an der Seite haben wir ebenfalls eine Transition von 250 Millisekunden und All, und wir wollen unseren Inhalt mit Display stylen, was heißt, wir sagen Display Flex, und sagen hier Justify Content Flex Start, damit alles oben beginnt, und wir sagen Align Items Center, damit alles zentriert ist, und Flex Direction Column, damit alles untereinander positioniert wird. Wenn wir das jetzt angucken und hier runtergehen, sehen wir, dass unser Inhalt schon korrekt positioniert ist, das Einzige, was uns jetzt quasi, wenn wir hier drin scrollen, was noch nicht funktioniert ist, weil wir hier oben unsere Sidebar so riesig groß haben, das müssen wir natürlich noch ein bisschen anpassen, aber wir können auch erst noch ein bisschen unseren Inhalt stylen, das Copy-Paste ich mir jetzt, weil das für diesen Effekt keinerlei Auswirkungen hat, das ist wirklich nur der Inhalt eurer Seite, in diesem Fall sage ich halt, unser Artikel-Tag kriegt eine Weite und eine Mindest, also eine Maximalweite, und alles da drin soll ebenfalls untereinander stehen. Damit wird das hier einfach noch ein bisschen besser gestylt, ist aber für dieses Tutorial quasi komplett irrelevant und würde sich bei eurer Seite wahrscheinlich maßgeblich unterscheiden. Wir haben jetzt das letzte Element, was wir stylen müssen, und zwar unsere Sidebar, und unsere Sidebar bekommt als erstes, stylen wir damit den Tag Side und sagen, okay, wir haben hier eine Mindesthöhe, und unsere Mindesthöhe ist 50 Rem, und wir sagen, wir haben eine Position, und diese Position ist fixed. Wir wollen also, dass unsere Sidebar immer mitscrollt und sagen Top 50% und Left 9%, damit es auch immer genau auf der Kante liegt. Außerdem haben wir ein Padding von einem Rem, einen Z-Index am Anfang von 1, und eine Background Color, und diese Background Color ist unser CI Red, also der Magenta Ton. Wir wollen auch ein Border Radius haben, Border minus Radius von 4 Rem, und auch hier sagen, wir wollen unsere Inhalte perfekt zentrieren auf beiden Achsen, deswegen sagen wir Display Flex, und hier Justify Content und Align Items auf Center. Außerdem wollen wir alles untereinander haben und vergeben deswegen das Attribut Flex Direction Column. So, natürlich sieht das hier noch nicht so aus, wie in unserem Tutorial, und wir wollen das ja auch, dass das so auf der Horizontalen perfekt zentriert ist. Das machen wir später über unsere Animation, aber erst mal stylen wir ja den Inhalt unserer Sidebar, und dafür brauchen wir unser Navigationselement. Dieses bekommt ebenfalls eine Weite, nämlich 100% und ebenfalls Display Flex, und hier drin Flex Direction Column. Und in dem Moment, wenn wir das abspeichern, seht ihr, das ist alles verschwunden. Das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen optimieren, und zwar sagen wir hier drin, unser Link Element, bekommt ebenfalls 100% Weite, bekommt eine Farbe, in unserem Fall White, das ist, wenn ihr dort zum Beispiel auch noch Text drin habt, dann sagen wir hier Padding, ein Rem, und wir sagen Display und hier Flex, und auch hier Flex Direction Row, was heißt, wir wollen alles, was in diesem Link Element drin steht, in einer Zeile haben, und wir wollen, dass es zentriert ist. Außerdem soll unser Link Element ja klickbar sein, dafür brauchen wir Cursor, Pointer, speichern das Ganze ab, und wir sehen, das ist alles ein bisschen größer geworden, aber in unserem Link befinden sich ja noch Icons, das sind Image Tags, deswegen sagen wir hier, wir wollen jedes Image zwei Rem hoch haben, und wir haben natürlich auch eine Weite, das ist ebenfalls zwei Rem, das speichern wir jetzt ab, und sehen jetzt hier unsere vier Icons. Theoretisch könntet ihr auch in euer A-Element noch Label reinschreiben, dann würden hier auch noch Texte steuern, das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht mehr. Was uns jetzt fehlt, ist unsere Animation, wir haben hier noch keine, und das müssen wir jetzt natürlich noch ändern. Dazu können wir jetzt hier auch wieder unsere Animation aufrufen, und zwar sagen wir, okay, unsere Site bekommt jetzt auch eine Animation, und unserem Fall als erstes Close, 800 Millisekunden, und zwar Forwards. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann sehen wir, dass das Ganze so rausanimiert wird, aber es funktioniert noch nicht korrekt, weil wir hier Zindex 10 drin haben, das muss normalerweise Zindex 1 sein, und wenn wir das Ganze so abspeichern, funktioniert es fast, aber noch nicht komplett, weil wir haben ja hier oben unseren eigentlichen Menü-Effekt noch gar nicht vergeben, das müssen wir jetzt natürlich noch ändern, und zwar sagen wir jetzt als erstes, okay, wir haben in unserem Active-Tag, haben wir unser Main-Element, das machen wir erstmal mit Transform, verändern wir das ein bisschen, und zwar sagen wir hier auch wieder, Translate 3D, auf der X- und Y-Achse machen wir nichts, aber auf der Z-Achse wollen wir minus 850 Pixel oder 85 RAM zurückgehen, das speichern wir jetzt ab, und wenn ich das Ganze hier aufrufe, dann sehen wir, dass das Ganze zurückgeht. Das funktioniert also wunderbar. Das nächste, was wir hier brauchen, ist, wir haben hier drin ja unser Page, und unsere Page bekommt hier auch einen Filter, und zwar unseren Filter Blur mit 5 Pixel. Außerdem wollen wir mit Overflow Hidden dafür sorgen, dass wir nicht scrollen können, während wir quasi das Menü geöffnet haben, und wir wollen ein Border-Radius von 5 RAM vergeben. Wenn wir das Ganze abspeichern und unser Menü starten, sehen wir, das Ganze hier funktioniert wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt unseren Effekt, dass unser Menü korrekt nach hinten geht, aber wir sehen hier oben, wir sehen dann unser Menü-Icon nicht mehr. Das müssen wir natürlich auch noch ändern, und wir haben neben der Sidebar ja hier auch noch unseren Content, und diesen Content wollen wir einfach kurz den Hintergrund einfärben, und zwar weiß. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier drauf drücke, sehen wir, hier oben wird unser Icon weiß, und hier sehen wir, dass das alles korrekt animiert wurde. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Kleinigkeit, und zwar brauchen wir eine Animation auf unsere Sidebar. Deswegen sagen wir hier, okay, unsere Sidebar bekommt ebenfalls eine Animation, und zwar quasi exakt diese Animation, nur, dass wir hier nicht den Identifier Close, sondern Open verwenden. Wir speichern das Ganze ab, und in dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, animiert sich unsere Sidebar hier drüber und schiebt sich so hinter unserem Content, vor unseren Content, und wenn ich hier drauf drücke, schiebt sie sich wieder dahinter. Das Ganze ist ein ganz netter Effekt, kann für ganz verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden, beispielsweise Social-Media-Menüs, aber auch komplette Navigationen oder andere zusätzliche Informationen wie ein Sharing-Menü für einen Blogartikel beispielsweise, und ich finde das einen ganz netten Effekt, der ein kleiner Hingucker ist und nicht wirklich schwer zu implementieren. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Media-Links oder Partnerseiten, wo ihr diese Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! care! Ciao! 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 achment-Ch ruin minglea! Untertitelung des ZDF für funk, 2017